und herzlich willkommen zu einem neuen video ich melde mich seit ewigkeiten mal wieder zu einem update ich bin momentan in bonn gebe mein bachelor heute ab und dann habe ich endlich wieder zeit ein bisschen zu schneiden ich habe sie sehr viele videos gedreht und ich bin auch in deutschland ja schon ein bisschen mit meiner freundin rum das heißt ich habe auch sehr viele videos die ich noch schneiden kann nicht mit intros aber an sich einfach viel in deutschland und halt auch trotzdem viel zum schneiden koreanisch und deutsch so als auch ich weiß noch nicht wie es schneiden werde aber ich freue mich tatsächlich drauf weil wieder schneiden zu können und dass der bachelor endlich durch ist deshalb erstmal so ein kurzes update dass ich halt gerade in deutschland und mein bachelor jetzt die tage durch sein wird und ich die nächsten tage nach ich fahre übermorgen beziehungsweise morgen abend nach paris für zwei drei tage meiner besten freundin das heißt da werde ich auf jeden fall ein einzelnen vorkaus machen da habe ich nicht vergessen das intro zu drehen und genau dann kommen auch hoffentlich endlich wieder regelmäßig videos wenn ich dann einmal ein bisschen vorgearbeitet habe und die lange zeit das nichts hochladen ist hoffentlich sage niemals nie ist hoffentlich beendet auf jeden fall ja heute lässt es mal schön durchziehen bachelor ausdrücken binden lassen und dann verdammt ich habe einen umschlag gekauft einreichen und umschlag hoffen aber auf jeden fall sonst update mäßig halt nur arbeit und umzug ist halt super stressig da kommt auf jeden fall sobald ich meine möbel alle bestellt habe wenn ich da zurückfahren auch ein update video und ja und man macht aber schon mit dem update und wir sind uns an irgendeinem anderen video ich weiß nicht welches